Hallo und Willkommen zu einem neuen Reaktion Video. Wer hat's gedacht? Und wieder mal mit Tommi. Heute schauen wir Trailer zum neuen Retroclank Rift Apart. Ja, Retroclank. Geile Generation. Das sind einfach geile Spiele. Willst du kurz sagen? Ja. Lass die Party steigen, ne? Okay. Geil. Ratchet und Clay! Was für eine wundervolle Überraschung! Was willst du, Nefarius? Wir rutschen in eine Dimension, in der ich immer gewinne! It's Comic Games! Wo bin ich? Ein Lombax? Wer bist du? Ich bin Rivet. Komm erst mal mit! Warte! Ich muss meinen Freund finden! Oh mein Gott! Das ist doch so ein Gameplayer! Imperator Nefarius! Ihr seid zurück! Ja! Im! 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 Geil! 11. Juni, wirst du mich eigentlich verarschen? Wirst du mich verarschen? 11. Juni, wirst du... Ist ja bald. Ja, eben. Ungewattung, warte. Ich gebleibte... Aber da kann die Playstation 5 einfach mal zeigen, wie gut die SSD läuft, mit diesem ganzen Dimensionwechsel und sonst was. Ja, ist so. Ey, aber das... Grafik sieht auch noch super aus. Ja, Alter, und ich freue mich auch auf die Story. Alter, das... Das scheint wirklich lang zu sein, sogar. Ey, das habe ich geflasht, das Geil wie ich es gerade mache. Oh, Alter. Ich muss sagen, das wird geil. Ich freue mich, ich bin gehypt. Geil. Ja. Gut, dann muss ich sagen, was von diesem Reaction-Video, schreibt in den Kommentaren, wie es euch gefällt, ob... Ich freue mich, dass es dich spielt. Und sonst... Schaut bei Domi vorbei, lasst dort ein Abo, dann lasst ihr ein Abo da, schaut auf dem Game-Kanal frei. Und sonst, bis zum nächsten Mal. Ciao. Tschööö. Tschöööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööö